Trotzdem sage ich, die Europäische Union ist ein Gewinn. Also erstens zwischen ihren Mitgliedern ist ein Krieg so gut wie ausgeschlossen. Zweitens, wir haben eine Freizügigkeit im Reisen, wie das früher ja unvorstellbar war. Ich muss immer daran denken, in die USA muss ich einen Reisepass mitnehmen. Das brauche ich ja innerhalb der EU überhaupt nicht. Und eigentlich auch in vielen europäischen Ländern nicht, die nicht zur EU gehören. Das hat sich wirklich erleichtert. Dann haben wir 19 Staaten, glaube ich, mit dem Euro. Die Art der Einführung habe ich kritisiert, weil man eine Integration politisch erzeugen muss, nicht über eine Währung. Und dann hatten wir auch eine Währungskrise. Trotzdem ist es natürlich eine ungeheure Erleichterung, eine Währung zu haben, mit der du in so vielen Ländern einkaufen kannst. Und da musst du nicht immer umrechnen, wie früher bei der Lire. Da musstest du dann also immer 100.000 durch irgendwas teilen, um zu wissen, was überhaupt was kostet etc. Wir vergessen immer, dass das vorbei ist.